so leute da sind wir beim nächsten blackie talk und dem letzten blackie talk diesen jahres rauskommt am 24 12 also an heilig abend und dementsprechend alle für euch alle frohe feiertage feiert schön lasst euch schön beschenken von mir kriegt ihr den blackie talk und zwar ein blackie talk mit geschichte die ich in der zeit immer öfter erklären muss und ich dachte mir was war ein blackie talk drauf und zwar wie erkenne ich gute beziehungsweise schlechte magic produkte wie wir alle wissen hat magic nicht nur gute produkte sondern magic hat auch eine menge schlechte produkte und viele leute fangen an sagen wir haben hier so eine produktflut wir haben problem damit wir kommen nicht mehr klar wir verbrennen unser geld und wissen gar nicht wofür außerdem ist es super schwierig da wirklich zu finden was gut ist und was nicht und wie komme ich an sets dran die gut sind wie komme ich an sets dran die schlecht sind und ja jetzt kommen natürlich die ersten sagen kauft einzelkarten und so und so fort ihr wisst ja ich bin auch auf dem move dass ich sage kauft einzelkarten aber gleichzeitig bin ich eben auch der der sagt wenn ihr sachen aufmachen wollt wenn ihr booster öffnen wollen wenn ihr einfach eine schöne zeit haben wollt mit boostern und ähnlichem und produkten dann macht die auch auf und lasst euch da nicht einreden öh was bist du denn für ein depp dass du da nicht einzelkarten kaufst lasst euch das nicht einreden wenn ihr spaß daran habt dann ist das vollkommen okay ein ähnliches prinzip ist es mit neu ansteigern und leuten die halt neuen spiel kommen oder wieder ein spiel kommen wenn man zu denen sagt ja nee kauf auf jeden fall einzelkarten die hängen auch dann denken ja bruder ich kenne keine einzelkarten das verstehen viele nicht also diese diese dogmatischen runter gebete von manchen leuten von wegen kauft einzelkarten oder irgendwelchen anderen mantras finde ich einfach nur schlimm und das versuche ich in diesem blackie talk ein bisschen aufzulösen starten wir einmal ganz kurz mit den zeit sachen weil die zeit sachen sind ein bisschen schwieriger zu evaluieren bevor wir nachher zu ganzen editionen und setten kommen zeit sachen sind so was wie secret layer secret layer ist super schwierig zu evaluieren am anfang war es ein bisschen einfacher mittlerweile durch die flut auch an secret layers findet man hin und wieder mal gute einzelne secret layer die wirklich ihren preis wert sind und die nachher auch sehr teuer werden aber das sind ausnahmen und keine davon sind länder standardländer secret layer standardländer sind so bad geworden weil in jedem set wir haben jetzt in dem neuesten set also in dem phryxian set haben wir drei verschiedene an von basic lands wir haben phryxianisch wir haben full art wir haben normale basic lands warum soll ich jetzt ein secret layer dazu kaufen wo phryxianische basic lands zum beispiel drin sind das ist das was dann haben wir die die yuki o lands aus kamigawa immer noch großartige länder oder die die mana symbol lands aus teros und so weiter und so fort die normalen sets haben schon so so großartige basic lands und für fünf basic lands 35 euro von jedem eins ist selten das geld wert so kann man ganz schnell erkennen das ist kein gutes produkt wenn ihr allerdings das sage ich hierbei immer wieder wenn ihr allerdings irgendein secret layer weil ihr das land toll findet wirklich toll findet und euch das kauft weil die länder toll findet so wie ich zum beispiel die full text länder die ich die aber geil finde dann ist das okay also lasst euch da nicht einreden von wegen das ist doof was ihr da macht nein wenn ihr die hübsch findet kauft ihr ruhig ist dann euer ding es geht hier nur darum dass ich nüchtern evaluiere was gut ist was nicht und vor allem wie man das erkennt und basic lands zu kaufen ist nie nie gut am ende des tages des weiteren werden auch diese secret layer die sich um eine einzige teure karte drehen bestes beispiel ist es concord crossroads secret layer werden immer schlechter weil aktuell reprinted wizards so so viel da kann man sich nicht darauf verlassen mystic remora ist ein ähnliches beispiel mich würde es nicht wundern wenn zum beispiel dieses dieses secret layer mit denen mit den bleibste koloss oder dem ola morg das sind ja zwei verschiedene die aktuell auslaufen soweit ich weiß sobald ich das video hochgeladen habe die value mäßig total okay sind und wirklich gut sind nicht vielleicht einfach im preis klampen wenn der bleibste koloss in die liste kommt oder noch immer irgendwo geprintet wird und eben der ula morg in dem nächsten sendiker dann kommt oder 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 anversich ist es schwierig wenn sich um so eine karte dreht die halt teuer ist weil sie wenig reprints hat beziehungsweise beim concord crosswords zum beispiel nie ein reprint gesehen hat kurze zeit später kam in double masters concord crosswords raus die karte war nichts mehr wert also klar sie ist immer noch ein bisschen was wert kostet mir 10 12 euro aber damals war es halt eine 50 60 euro karte und deshalb auch von diesen secret layers wenn ihr nicht unbedingt die artworks haben wollt hast die finger davon das ist einfach das ist einfach nicht wert ähnlich schwierig verhält sich mit universe beyond wir haben jetzt im nächsten set die street fighter charaktere drin als normale magic karten dadurch dürften die im preis auch richtig 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 in den boden fallen auch hier super schwierig wenn ihr nicht unbedingt mai spielen wollt oder wen auch immer dann ja kauft es euch nicht legt es euch nicht unter das bett oder kauft es euch weil ihr den value haben wollt das ist es nicht wert also das ist es wirklich nicht wert eine gute gute secret layer sind einfach secret layer die ihr spielen wollt karten wo ihr sagt ah die karte hätte ich mir gekauft die karte kostet aktuell 40 euro die karte wollte ich mir kaufen zahl ich halt 35 krieg noch zwei karten dabei die ich vielleicht spielen kann in einem ähnlichen artwork und mir gefällt dieses kelloggs artwork mit einem rätsel hinten drauf so geil dass ich das unbedingt haben möchte oder 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 dass das sind gute secret layer für euch persönlich alles in allem muss ich sagen haben die secret layer mittlerweile so hart abgebaut dass ich eigentlich auch schon ewig keins mehr bestellt habe weil die sind halt einfach nicht gut noch nicht mal das aldrasi ding weil das aldrasi ding zum beispiel war wirklich gut aber vom preis her einfach zu teuer dementsprechend schwierig es ist secret layer sind immer schwierig zu evaluieren und ich finde sie persönlich einfach nicht mehr gut genug als dass man sie irgendwie halten könnte ein ähnliches problem habe ich mit commander decks commander decks sind teilweise sehr schwierig zu evaluieren was ein gutes commander deck ist und was nicht die community hat ganz schnell meistens raus welches der fünf commander decks weil es müssen ja immer fünf sein das bessere ist also das esbar zum weise wie heißt es das obskura obskura heißt es obskura niemand nennt es obskura aber das obskura deck zum beispiel das war ziemlich schnell bewusst das ist das gute das ist das teure das ist das das kranke die anderen vier sind dann ganz nett evolutionsmäßig ist es super schwer zu sagen dass ein schlechtes oder gutes es ist eine persönliche meinung ich finde commander decks in letzter zeit wirklich fast alle sehr sehr mies weil sie nichts an den länderbasen wirklich tun weil sie in ihrem rahmen sehr sehr seltsam agieren und sehr sehr seltsame karten und sachen drucken und ich da überhaupt nicht weiß was sie damit vorhaben oder wieso sie das machen wir haben bis hin zu mischragigen ursaal was beides sehr coole decks waren eine super schwierigkeit herauszufinden was ist denn ist die sind die gut kann man nicht kaufen es ist so hart zu evaluieren weil man nie weiß ist das das teure commander deck ist das günstige commander deck ist das ein gutes commander deck spiele ich dieses commander deck habe ich überhaupt noch platz in meiner commander sammlung dafür weil habe ich schon vielleicht 20.000 commander kann ja auch gut sein vielleicht gibt es solche leute die halt echt viele commander decks haben und die halt dann nicht jedes set noch mal fünf command decks kaufen wollen aber dann zu evaluieren welches sie haben wollen das ist eine persönliche sache vielleicht haben sie schon 15.000 google decks oder zwölf die mir control decks mit mill funktion ich weiß es nicht wie soll man sowas evaluieren das kann nur ein spieler selber und ähnlich wie was hier gelernt würde ich sagen bei commander decks ist das evaluieren einfach eine eigene sache im eigenen ermessen wir hatten dieses jahr zum beispiel auch das spellbook commander commander collection heißt tschuldigung nicht spellbook commander collection black commander collection black war eine ziemlich gutes commander collection eigentlich nicht so gut wie das grüne das grüne war ja extrem sick aber das schwarze war nicht schlecht da hat man es aber relativ gut gesehen weil der preis war relativ nah an dem dran wenn man davon alle karten gebrauchen konnte war das wirklich gut und dann konnte man sich das auch einfach kaufen und einfach mal öffnen und packen davon nutzen packern verkaufen und spaß damit haben und das konnte man einfach evaluieren weil da weiß man halt was drin ist und dann verlassen wir leider dass diesen bereich halt auch schon wir haben commander collection wo wir wissen was drin ist commander decks und secret layer ansonsten kommen wir jetzt in random gefilde da geht es so ein bisschen drum welche set ist gut welche booster sind gut welche so booster sind für mich gut ich habe da mal ein komplettes video drüber gemacht welches booster für welchen spieler gut ist und damals gab es aber die zum beispiel die jumpstart booster für mich und da ist es wirklich teilweise ist teilweise leute von mir stehen im laden zum beispiel sagen blackie ich hätte ganz gern booster ich weiß aber nicht was und eine edition zu evaluieren ist eigentlich ziemlich einfach wenn man ein bisschen drin ist weil man kann nach ein paar einfachen sachen gucken nehmen wir zum beispiel kamigawa kamigawa ist ein hit and run und das war von anfang an abzusehen wir haben ein set in dem japan hype gedruckt wir haben das erste mal anime artworks gehabt auch wenn gefühlt jedes artwork seitdem anime artwork hat selbst jumpstart hat mittlerweile anime artworks aber wir haben anime artworks wir haben ein set was was ikonisch für viele 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 spieler ist und nicht irgendwie so ein zusammengewürfelter haufen wie jetzt in dominaria oder so sondern wirklich es ist kamigawa das kennen die leute das lieben die leute das mögen die leute das wollten die leute wieder haben weil sie gehypt waren kamigawa 1 war kacke gerade betrayers war richtig mies aber kamigawa war bekannt und es ist halt kein return to return to return to return to return to return to rafnika sondern es ist einfach ein gutes set oder zu innestrade oder sendika ich schnauze voll von drei planes geht geht gar nicht also es ist einfach zu viel sondern wir haben ein cooles plane revisited im japan hype im anime stil mit einem länder zirkel der wahnsinn ist und da kommen wir zum ersten punkt der immer wieder ganz einfach zu sehen ist egal wie interessant oder uninteressant vielleicht die thematik ist länder sind in magic gold die teuersten karten in magic sind karten die mana produzieren und die wichtigsten karten sind länder jeder magic spieler muss das in seiner karriere lernen dass es halt schon cool ist wenn man eine stabile mana basis hat wenn man sich nicht darum kümmern muss habe ich genug länder kriege ich genug länder habe ich zu viele länder welche mana farben habe ich komme ich an meine mannach farben ran wenn das möglich ist einfach abzudecken ist es schon der hammer wenn die da noch was können und zwar mehr als nur mana machen und mehr als das standard land sein sind die länder genial und der länder zirkel in kamigawa war von anfang an absolutes haus absolutes powerhouse das war wirklich der wahnsinn wir haben mit poseju otawara aiganjo drei richtig gute sachen so gezahlen wird auch hin und wieder mal noch gespielt ist auch ganz nett und selbst takenuma wird gespielt in schwarzen pox listen und zwar einfach ein cooler länder zirkel das habe ich von anfang an gesagt das habe ich im februar angefangen zu sagen hier das ist geil und ich habe es heute recht behalten das ist geil und ähnliches prinzip haben wir mit kapaner und mit ikoria kapaner und ikoria sind sets die werden untergegangen gerade nach dem companion rework ohne triome triome sind das was diese sets am leben hält ja da sind auch ganz viele andere coole sachen drin so ein paar engel sind richtig geil so ein paar der zwischen sachen sind ganz cool ledger schredder ist eine gute karte ist auch eine teure karte aber die triome die da nicht triome heißen was mich echt ankotzt aber die triome sind das was da so stark drin ist das ist das was das so mächtig macht und da muss ich sagen das sieht man immer wieder ein starker länder zirkel also gerade der rare slot länder zirkel machten ein set unendlich attraktiv also wir fangen jetzt nicht von modern horizons an mit fetschländern das ist ganz klar aber selbst so was altes wie karns auf tag hier ja warum war das set so beliebt nicht weil die karten gut waren echt nicht weil die karten gut waren ich meine ja ist ein paar karte karten da rumgekommen aber nicht viele wegen den fetschländern das rettet sets die landbasis die land circle und dann haben wir halt zum zigtausendsten mal painlands oder bodylands oder tempel das nicht gut ein set wie teros beyond death ist nicht mehr wirklich irgend in irgendwelchen köpfen wegen den ländern wegen den tempeln oder so weil niemand will diese tempel haben sondern da kommt man eben zu den playables playables wie uro auch wenn er in vielen formaten wand ist shadows spear und ähnliches halten einzelne sets auch mal gut hoch wenn ein paar teure karten drin sind aber diese sets sind nicht so weit oben wie wenn die länder gut sind trotzdem im besten fall hat man beides siehe kepenner kepenner hat das einzige problem dass es direkt nach kamigawa kamigawa hatte ninjas kamigawa hatte alles es waren playables drin es waren ein guter länder zickl drin es war wie gesagt ich schwärme von kamigawa weil es einfach eines der besten sets der letzten jahre war und ich rede jetzt auch nur von den aktuellen sets klar kann ich euch jetzt erzählen warum innistrat 1 ein absoluter erfolg war snapcaster liliana geile thematik absolut interessante storyline super starke karten grisselbrand gehört dazu talia guardian of draben und so weiter und so fort klar kann ich euch das erzählen aber das juckt ja aktuell keinen mehr niemand erinnert sich an das letzte set also wer mir jetzt aus dem stehgreif aus alle sets aufrufen kann die letztes jahr rausgekommen sind respekt ich kann es nämlich nicht mehr nicht ohne ein bisschen nachzudenken so aus dem stehgreif so zack 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 keine ahnung keine ahnung dafür sind zu viele sets und darum mache ich das weil wenn jetzt das neue set rauskommt schauen wir uns die länderbasis anschauen uns dann playables an was sind gute karten da drin weil auch sowas wie dominaria united ein set was jetzt zwei sets her ist glaubt man gar nicht ist nicht durch den länder zirkel gut die painlands sind mittelmäßig bis schlecht aber sowas wie schildred sowas wie liliana of the whale das sind karten die das ganze interessant machen das ganze oben halten das ganze set überhaupt irgendwie in erinnerung den leuten halten das sind playables und playables kristallisieren sich manchmal erst sehr spät raus nehmen jetzt als beispiel mal ein set was super hart gehatet wurde und zwar baldos geld das ist das set wo ich sage das ist das set warum ich dieses video mache denn baldos geld als es rauskamen alle haben es gehasst aus einem ganz einfachen grund es heißt commander legends 2 und das set hätte niemals commander legends heißen dürfen die leute wären so viel positiver an dieses set rangegangen sie wären so offener rangegangen hätten so viel früher sachen damit gemacht und getestet jeder der nicht commander gespielt hat gesagt ja ist halt so ein dummes commander set und die leute commander gespielt haben gesagt ja das ist halt nicht commander legends 2 das ist so ein dummes dnd set und so konnten karten wie minsk und bu oder diese ganze initiative mechanik über wochen monate und jahre also jahre nicht aber wochen und monate im untergrund existieren bis sie dann auf magic online kamen und irgendwelche leute sie dann gebrochen haben dann im pauper haufenweise karten gebannt werden mussten mit initiative und der ganze kram und jetzt initiative legacy ruled und minsk und bu auch alles kaputt macht links und rechts und 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 das set hat so viele sachen noch die man noch finden muss die erst sehr spät rauskamen weil leute sehr emotional damit umgegangen sind was dieses set war und lustigerweise war dominaria genau anders drum alle leute haben dominaria gefeiert gehypt bis zum mit nicht mehr bis die leute realisiert haben da ist halt fast nur müll drin und leute haben es trotzdem geliebt und das ist das interessante das heißt wir haben land cycle playables und emotionen emotionen sind ganz stark in dem spiel wir haben auch zum beispiel ein gutes beispiel ist das letzte dnd set adventure forgotten realms was über wochen und monate hinweg keinen einfluss auf kein format hatte und ich habe ein ganzes deck das viertelbänder viertelbänder artefakt deck könnt ihr mal gucken habe ich auch ein deck der kocheln das besteht aus gefühlt 20 30 prozent adventure forgotten realms karten und es ist geil es ist großartig macht mega spaß es hat mich ewig lang gebraucht um dieses deck überhaupt zu finden und ich habe es nur durch einen kollegen gefunden der es gebaut hat und dann habe ich es übernommen habe es weiterentwickelt und dann hat er es weiterentwickelt und hat es glaube ich jetzt aktuell richtig sick aufgebaut und das sind sets wo selbst ich sage da war ich emotional sehr aufgeladen weil ich finde die dnd sets alle mühe weil ich sie vom power level her sehr sehr niedrig ansiedeln auch wenn adventure forgotten realms kann ich so niedrig ist wie ich denke und vor allem baldus geld überhaupt nicht so tief angesiedelt sein sollte wie ich das denke baldus geld hat richtig starke powerhäuser drin und wirklich eine menge zu bieten aber es ist halt commander legends 2 und damit ein format abhängiges set booster display irgendwas commander legends 2 ist nur für commander spieler und für legacy spieler relevant und auch wenn das für mich jetzt immer so klingt so ja ist halt ganz normal sind halt legacy spieler ist okay und commander spieler jeder spielt commander und jeder spielt legacy nein es gibt auch leute die nur modern spielen oder nur modern pioneer oder nur standard auf arena und pioneer paper oder so die haben mit den sets nichts zu tun und für die rauszufinden ob das ein gutes oder schlechtes set ist das ist irrelevant das heißt verschwendet eure kapazitäten nicht damit euch irgendwelche sachen anzuschauen die für euch nicht relevant sind ja als commander spieler ja als legacy spieler muss man alles anschauen gar keine frage aber grundsätzlich schaut euch einfach das an welches set ihr haben wollt und schaut drüber was haben die für länder was haben die für playables was haben die für gute karten lohnt sich das habe ich da spock drauf und dann holt euch ein paar booster davon crack die und habt spaß damit und das ist halt genau der punkt es muss halt ein bisschen relevant sein ein modern spieler der halt sein geld raushaut für commander legends 2 der hätte einfach besser double masters kaufen können auch in double masters sind einige karten drin die nicht modern legal sind aber da war wesentlich mehr drin was modern legal ist und auch gespielt wird als in baldos gate weil baldos gate hat halt null karten das ist nicht ganz richtig sie hatten lightning wird und dann haben wir auch den punkt wir haben ein preispoint double masters commander legends 2 war bock teuer und daran ist zum beispiel auch meiner meinung nach dass double feature anfang des jahres was das schlechteste set seit jahrzehnten gefühlt war gescheitert double feature ist gescheitert weil die idee zwei sets kurz nachdem sie gereprintet wurden zusammen in den draft erlebnis zu schieben wo man halt auch einfach sagen könnte okay man nimmt einfach als draft erlebnis zwei midnight hand ein crimson war booster oder andersrum und draftet das einfach haben sie das zusammen geschoben zwei sets die meiner meinung nach gefühlt nicht zusammen gehören haben ein bisschen mit dem mit der farbe gespielt in paint.net oder so oder in gimp oder von mir aus auch photoshop und haben dann den doppelten preistag drauf geschmissen das war halt dumm wären sie hingegangen hätten gesagt die haben wir nach ganz normalen preis booster die kosten genauso vielen wie normales booster nur dass die karten halt schwarz weiß sind und du hast beiden sets was bekommen kannst fertig ganz normaler booster das wäre okay gewesen dann wäre das set nicht annähernd zu hart gefloppt aber für einen preis von sechs bis zehn euro je nach store no chance no chance das war einfach müll und am anfang haben sie es halt noch sehr sehr cool vermarktet und gesagt das ist voll geil und das müsst ihr alle holen und leute die sich halt nicht mit den produkten beschäftigen und vielleicht nicht so gut da drin sind schlechte produkte zu erkennen die haben sich das zeug vielleicht wirklich auch geholt das ist halt das bittere daran das ist das was was es so tricky macht und das ist das wo ich versuche so ein bisschen aufzurollen weil wenn man sich vorher ein bisschen informiert was das für ein produkt ist wie gesagt wir nehmen jetzt mal die layer raus und commander decks raus wo man halt decklisten hat sondern halt so booster sachen dann kann man relativ schnell schauen welche booster gut sind welche edition gut sind und welche nicht und kann das auch für sich selber evaluieren denn wenn man jetzt nachschaut man hat land cycle playables emotionen format abhängigkeit und preise ist zum beispiel für mich brothers war kein gutes set einfach weil ich daraus nicht viel mitnehmen kann außer diesen einen slot am hände also diesen diesen artefakt slot den kann ich mitnehmen genau wie bei strixhaven strixhaven hat mir nichts geboten außer hinten diesen zauber slot und ihr wisst ich bin mittlerweile ein bisschen davon weg dass ich sage old border sind cool weil old border karten sind eigentlich nur cool wenn sie ein original old border waren wir haben mittlerweile alles in old border mir geht es auch auf den sack dass die ganzen judge rewards jetzt alle old border sind statt ein fancy full art zu haben oder irgendwie was geiles zu haben nein sie sind einfach nur mit dem alten artwerk old border einfach müll also der grindstone nicht aber der rest ist müll das hätten sie genau so genau dieselbe karte in foil hätte ich mir in dem brothers war booster vorstellen können hinten in diesem letzten slot drin und genau so haben sie es auch praktisch rausgenommen und gesagt ja dann kriegen die judges das halt das ist nicht so geil das war kein smarter move und deshalb schaut was da noch mit drin ist wenn es wirklich nur dieses diese eine slot ist dann kann das kein gutes set sein ankams sind ein ganz guter hat man auch in den ankam slots immer wieder hits und gute karten und wenn das gegeben ist ist die chance guten ein gutes booster zu haben schon wesentlich besser also evaluiert nicht nur die rares und die mythics und was ihr so habt sondern schaut auch mal bei den ankams ob da irgendwas cooles bei ist irgendeine zwei euro karte oder so und dann schaut den zusatz slot an wenn es einen gibt ob der für euch was ist oder nicht wenn es aber nur der ist lasst es wenn ihr keine karte findet die gut ist lasst es wenn ihr keine ankams findet die gut sind lasst es kein länder zirkel kein play bills keine preise nicht gut und deswegen sage ich immer wieder brothers war ist für mich aktuell auch einfach kein gutes set dominaria auch nur wegen den play bills alles andere in dem set ist nicht gut und wenn man das so durchgeht haben wir dieses jahr auch nur zwei gute sets für mich das ist kamigawa und das ist kein penner dazu kommt wir haben ja noch verschiedene booster das habe ich am anfang schon mal angesprochen wir haben jumpstart booster collector booster set booster draft booster sind zum draften da und für leute so alte magic boomer die sagen booster haben immer so ausgesehen die sehen immer noch so aus die müssen so aussehen neuerungen sind doof set booster sind bis auf in zwei sets bis auf in baldos gate und in modern horizons 2 sind set booster immer besser weil sie darauf getrimmt wurden zu geöffnet zu werden weil sie darauf getrimmt werden wenn sie geöffnet sind ein erlebnis zu haben baldos geld 2 haben wir einfach viel zu viele legendaries und irgend so ein kram und einfach schlecht und in modern horizons 2 ist einfach der der slot von den fettschleinern verschoben wodurch man in den draft boostern auch mal zwei rares bekommen kann mit einem rea und einem fettschleinern wohingegen der rea slot beziehungsweise throwback slot im set booster kein fettschleinern sein kann wodurch halt da auch eigentlich draft booster besser sind gerade wenn man für den selben preis mehr bekommt aber bei allem anderen bin ich bei set boostern set boostern sind der wahnsinn die sind dafür da geöffnet zu werden ich habe weniger kamenbalg ich habe gute ankamens ich habe rares ich habe mythics ich habe eine listkarte auch listkarte super großartig macht niemals irgendwas an der listkarte fest das ist noch unwahrscheinlicher wie das dieser slot in zum beispiel brothers war oder strixhaven macht das nicht daran stress niemals an der listkarte stress machen by the way das ist ziemlich wichtig wir haben aber eben genau diesen auswahl an boostern draft boostern nur für drafter set booster zum öffnen collector booster wenn ihr wirklich voll special treatments und sonst was haben wollt und das ist wieder interessant weil wenn ich was evaluiere evaluiere ich immer draft und set booster zusammen also dass die das draft die draft edition sozusagen oder die set edition die ich in den set booster ziehen kann draft booster wie gesagt hole ich mir eigentlich nicht außer manchmal für den channel und möchte zeigen dass z-booster einfach besser sind aber wenn ich dann collector booster nehmen collector booster kann oftmals eine teure karte mit beinhalten das hat angefangen kamigawa mit den hidetsugus die teilweise 1000 euro wert sind ist dann übergegangen in kappenna wo halt diese diese etched foil karten teilweise geld wert sind und zwar nicht wenig hatte da diesen komischen engel der hat irgendwie drei schwitzig euro kostet okay ist halt nur weil es ein anderes foiling hat sehr sehr selten naja dann haben wir halt dominaria dominaria hatte die die tabernakel und irgendwelche throwback karten aus legends mit drin was wahnsinnig krass war und mode und was nicht alles und und nether netherworld war glaube ich nicht dabei ja die ganzen anderen sachen super 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 sick die man rausziehen könnte und wir haben dann in brothers war halt sowas wie shattered glass transformer und serialized karten also karten mit einer nummer drauf wenn jetzt zum beispiel die 666 der boom collection habt habt ihr halt einen ziemlich guten jackpot gelandet das ding kostet dann halt richtig geld und selbst ein quicksilver amulett mit nummer 11 kostet wie 600 euro das ist schon gut das ist wirklich gut und und deshalb set booster sind sehr einfach zu evaluieren kollektor booster sind super schwierig zu evaluieren weil da muss man immer schauen kaufe ich ein kollektor booster die chance dass ihr bei einem kollektor booster minus macht ist genauso groß wie die dass ihr plus macht wahrscheinlich sogar größer weil im durchschnitt wenn ein booster beim öffnen gewinn macht oder ein display gewinn macht werden händler ist so lange öffnen bis es kein gewinn mehr macht weil so viel in den markt geflutet ist das muss man sich immer vor augen halten das heißt in dem moment wo ihr als privatperson bei einem display öffnen gewinn macht macht der händler schon lang gewinn und wenn ihr das dauerhaft machen könntet dann wäre der händler doof euch dieses display zu verkaufen und bei kollektor boostern ist genauso ich habe schon leute gehabt die sind bei mir in store kommen grüße gehen raus haben gesagt ich nehme ein infinity booster kollektor gib mir okay und die haben halt dieses star foiling mit dem stomping round gezogen super super geil und das ist halt cool wenn das mal passiert das ist wie lotto spielen auf einmal fünf richtige haben das ist schon nice und es gibt auch ein cooles gefühl aber das zu evaluieren ist ebenfalls sehr sehr schwierig und ist auf jeden selber zugeschnitten es gibt leute die wollen das gar nicht ausgeben die haben keinen bock auf foils die haben keinen bock auf teure booster und wollen das einfach nicht ich habe gerade eben vergessen bei commander decks auch challenger decks zu nennen es tut mir leid ist bestimmt schon mal in den kommentaren vorgetreten worden also wie gesagt wenn ihr meinungen habt oder ideen habt in die kommentare damit aber bitte hört zu ende es gibt auch challenger decks challenger decks haben auch eine deckliste wie commander decks sind leichter zu evaluieren weil man da halt eben schauen kann was ist ein bisschen was wert und da sind halt dann einfach die reprint listen was kostet das ding was kostet das ding um ein vollwertiges phoenix deck draus zu machen und so weiter und so fort kann man eben aufrechnen ob sich das wirklich lohnt oder nicht das kann man einfach sehen grundsätzlich finde ich challenger decks einfach geil weil es decks sind die so playable sind 60 karten formate und nicht commander jetzt noch eins wieder für modern wäre ich zufrieden ah legacy ist ein bisschen ein bisschen übertrieben wenn ich sage ich hätte gerne eins für legacy und zu guter letzt darf ich auch nicht unterschlagen die jumpstart booster jumpstart booster alle leute haten diese jumpstart booster und ich sage die jumpstart booster sind voll geil für anfänger für das was sie ersetzt haben also ich nehme lieber die jumpstart booster als diese hässlichen dreckigen farb booster die sie damals rausgebracht haben und jumpstart booster einem neuling magic beizubringen zu sagen hey komm wir kaufen uns jeweils zwei von diesen boostern kostet dann irgendwie keine ahnung ein 10er oder 8 euro oder sonst was komm wir spielen mal eine runde jumpstart das heißt wir mischen die zusammen und spielen gegeneinander es ist kein investment und es macht spaß und es gibt sie auf deutsch und es ist einfach gut und sie haben ja auch das was viele leute bemängeln vielleicht nur vier fünf verschiedene thematiken aber in diesen thematiken habt ihr kleine kniffe drin ich habe gesehen wie bei dominaria united nicht die aldrid aus einem jumpstart booster gezogen wurde das ist nicht selbstverständlich und warum jetzt jumpstart 2022 so weg gehatet wird nur weil die anderen jumpstart nicht so gut angenommen werden kann ich auch nicht verstehen und da sind wir wieder bei emotionen land cycles land cycles sind gut die deck cycles sind gut ja ein paar sachen sind zu häufig drin im vergleich zu anderen sachen aber ihr habt formatabhängige karten ihr habt wirklich für fast alle formate irgendwas drin ihr habt playables drin der preis ist nicht so teuer von jumpstart 2022 aber die emotionen stehen hier wieder im weg und ich bin mal gespannt was das set macht weil das set ist auch sowas es kann wie baldos geld meiner meinung nach explodieren und die anime artworks die da drin sind können genauso teuer werden und genauso krass werden und da bin ich halt drauf gespannt die jumpstart booster aus brothers war und dominaria die ich persönlich wirklich wirklich gut finde und wirklich auch schon spaß damit hatte und sogar für dominaria so ein kleines turnier ausgerichtet hat bei uns im fischkrieg was super gut angenommen wurde das verstehe ich nicht also ja die leute haben was anderes gerechnet wenn sie jumpstart lesen aber hinzugehen und sagen hey komm wir kaufen uns einfach vier booster und spielen einfach gegeneinander was ist denn daran verkehrt also ich verstehe die leute nicht was habt ihr erwartet also was ja ich weiß was ihr erwartet habt ich weiß was wir alle erwartet haben normales jumpstart was wir damals 2019 bekommen sollten 2020 nicht rauskam wegen corona und am ende des tages viel zu wenig supply da war und jetzt auch nichts mehr kostet weil es 30.000 mal reprintet wurde sowas haben wir erwartet ja ein alosaurus shepherd ein kraterhof behemorph ein muxus das sind standardsets das sind sachen um an standard anfänger magic beizubringen und wenn jemand anfangen möchte bei euch magic zu spielen kauft dem kein dummes commander deck kauft vier jumpstart booster und spielt mit dem einfach 40 karten magic und dann tauscht ihr die thematiken und er sieht die verschiedenen thematiken und er hat spaß daran dank euch emotionen ich sag's immer wieder emotionen vielleicht bin ich auch viel zu positiv für diese jumpstart booster und alle anderen viel zu negativ und die wahrheit liegt irgendwo in der mitte genauso emotionen bei collector boostern bei commander decks bei challenger decks und so weiter und so fort emotionen sind am ende des tages das was die evolution eines magic products ausmacht ja wir haben fakten wie geld was sind gute karten was kann ich spielen was ist teuer was ist nicht teuer was gibt reprints und so weiter und so fort aber am ende des tages geht es nur um emotionen was haltet ihr persönlich von dem set und dieses dieser blackie talk ist ein bisschen dafür da um euch ein paar handreichen zu geben und zu sagen okay wie evaluiert ihr das vielleicht ein bisschen außerhalb eurer emotionen aber am ende des tages wenn ihr zum beispiel sagt hey ich kann aus irgendeinem Grund kann die gawa nicht leiden kann ich euch sagen die statistiken sterchen dagegen weil wir haben wie gesagt ich wiederhole es jetzt nicht ich habe es schon zu oft gesagt mit land cycle playables und so weiter und so fort aber wenn ihr es nicht mögt dann ist das für euch einfach kein gutes set und kein gutes produkt dann müsst ihr das auch nicht kaufen und bei mir ist es zum beispiel aktuell bei brothers war so ich finde brothers war ist kein gutes set ich habe davon super wenig gekauft bis hin zu fast gar nichts bis auf das was ich halt auf den channel aufmache und ich bin da überhaupt nicht so krass drin dass ich sage brothers war so geil muss ich unbedingt mehr haben nein ich lasse es einfach raus weil es für mich evolutionstechnisch und emotionstechnisch kein gutes set ist und dann stehe ich dazu natürlich kann man da irgendeinen Fehler machen und sagen ich habe jetzt bald das Geld verpasst obwohl das set so gut ist bla 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 ja kann passieren viel schlimmer ist es wenn ihr ein set zu hoch evaluiert und dann keine ahnung 40 collector displays dominaria kauft weil ihr unbedingt ein tabernakel haben wollt und am ende habt ihr einen darkness gezogen was vielleicht seine 10 euro wert ist und das war's und ansonsten habt ihr nur mittelmäßig beschlechte dominaria karten und vielleicht eine schjoldrit das ist viel schlimmer und dann lieber von Anfang an ein bisschen mit dem Hype zurückgehen und was verpassen als zu sehr reinhypen lassen und am ende verliert man viel zu viel dann kann man mit dem Geld wirklich was besseres anfangen und wenn es ein Brettspiel ist das man mit seinen Freunden oder seiner Familie spielt oder ein Essen gehen mit Freunden selbst das kann oftmals mehr sein als sein Geld in Magic zu versenken und das sage ich als Magic YouTuber und das ist genau der Punkt gute Produkte müssen nicht teuer sein teure Produkte sind nicht immer gut wichtig ist was für euch ein gutes Produkt ausmacht und wie viel ihr bereit seid dafür zu bezahlen und diese Evaluation kann ich euch nicht abnehmen ich habe euch die Eckdaten genannt ich würde mich jetzt nur noch wiederholen das möchte ich nicht ich wünsche euch wunderschöne Feiertage und wenn ihr das später hört wünsche ich euch wunderschöne Feiertage gehabt zu haben und einen guten Rutsch ins Neujahr wenn ihr das noch später hört dann hoffe ich dass ihr schon gut ins Jahr 2022 reingerutscht seid und wir sehen uns dann beim nächsten Video bis dahin Auf Wiedersehen Ciao Ciao Ah ja wenn ihr noch Ideen habt wenn ihr noch Sachen habt dann könnt ihr die natürlich auch in die Kommentare schreiben liked das Video und so Tschüss und wir sehen uns dann wie geht euch auch in die Kommentare bis zum nächsten Mal